Moin Kinders und äh, ja, ich hab zwar noch nicht den Ausgang gefunden, aber vielleicht... Das da hier vielleicht... Ich hab jetzt nicht genau eine Ahnung, in welche Richtung dreht man die Tür nicht. Ah, okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das der Ausgang ist, aber ich dachte mir, weil diese Tür verschlossen ist, nehm ich jetzt einfach mal auf, wie ich hier durchgehe. Ich werde jetzt mal umschauen, nichts zu sehen. Ähm... Ich nähe doch in der Tür sieht dann sicher noch die... Flammen... Naja... Okay... Ähm... Hm... Das ist interessant. Ich... Brauch dringend was zu trinken... ...was zu essen... Und ich hab mir auch noch mal erzählt, ich bin noch... ...unter gesprungen. Äh... Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier trinken kann. Ähm... Ich möchte es auch nicht die ganze Zeit trennen. Hm... Naja, da drüben geht's nur zurück. Okay, also ich komm hier nicht mehr hoch. Deswegen folge ich jetzt einfach mal diesem Gang. Ich schalte mich ab jetzt immer... Naja, ich komm mich gar nicht... also... Ich halte mich jetzt einfach mal links, aber es bringt mir ja gar nichts zurückzukommen. Ich bin mal ganz ehrlich. Die kommen ja gar nicht wieder hoch. Also in Wirklichkeit würde ich das nie machen. Ich wäre so schiss davor. Okay, also irgendwas passiert... Äh... meine Framerate... ...hat nämlich grad angehalten. Also irgendwas lädt gerade. Ich weiß nicht, was genau das ist. Okay, wir haben jetzt den Server gewechselt. Sind draußen. Ah! Okay. Hier brauchen wir jetzt auch nicht mehr die Fackel. Irgendwie ist sie auch rausgegangen. Ähm... Ich komm mal auf zu sprinten. Okay. Ich friere... Ähm... Bin am Verdursten, hab großen Hunger... Und verletzt bin ich auch noch. Okay. Jetzt brauche ich nur einen Wolf, der mich angreift. Wohl. Kann man den essen vielleicht? Kann man vielleicht auch Menschen essen? Wäre ja irgendwie logisch. Es wäre zwar... Keine Ahnung, ab welcher... Welche Altersbeschränkung das dann da nach sich ziehen würde. Aber... Logisch wär's ja allemal. Ich mein... So, das Fleisch. Hm. Das... Komm ich nicht hoch. Geh einfach mal entlang alles. Sieht ja soweit verlassen aus. Auch wenn ich nicht weiß, wie... Äh... Ich glaub ich renne jetzt doch. Ist zwar bestimmt nicht gesund, aber... Grad... Äh... Ich möchte jetzt aber auch nicht jedes Mal wieder neu starten müssen in diesem... Raum da. So... Okay, es ist ein Bahnhof. Aber... Es regnet. Ja... Okay, es ist ein Bahnhof, aber ich denke nicht, dass ich hier... Also... Es sieht so ein bisschen aus... Na gut, aber dafür ist zu groß... Also es hat zu viele Schienen. Aber wenn man nur da hinten an diesen Botongmauern steht... Ja, ich... Weiß... Es gibt... Na dann nochmal nichts... Zu futtern... Ich könnte natürlich da irgendwo jetzt versuchen rein zu... Oder um... Ja, der kommt schon allein zu mir runter... Warte jetzt einfach mal... Auf ihn... 420 Meter... Dort ist auch noch einer... Die sind gestorben... Die sind gestorben... Äh... Ja, ja, okay... Ich sehe ich eigentlich... Okay, das ist ein Verbündeter von mir... Okay, das ist ein Verbündeter von mir... Und... Jetzt... Das hier ist mit der... Ja, ich dachte... Ja, ich habe das Spielprinzip mal nicht so ganz verstanden... Und... Ich hoffe mal, dass das hier gleich aufhört... Jetzt... Ich habe jetzt die ganze Zeit... Ja, das ist mit dir... Und... 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 So, dann... Und... Wieder im Geborn... Okay, ich bin nicht mehr hungrig... Ich bin nicht mehr durstig... Und... Puh... Ich habe zwar keinerlei Ausrüstung... Noch keinerlei Karte oder so... Ich muss mich jetzt... Ich renne jetzt einfach mal... Ich werde mich, glaube ich, gar nicht verteidigen... Wenn ich jetzt... Falsch los... Ah... Naja... Hm... Sagen wir mal so... Bisher hat das Spiel mich noch nicht so begeistert... Dass ich unbedingt mehr als diese zwei Videos hochladen muss... Könnt ihr in die Kommentare schreiben... Ob noch... Ihr mehr haben wollt... Hm... Okay... Damit haben wir schon wieder einmal... Ähm... Dings... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Da steht auch Gegner, also muss ich ihn umbringen, oder? Der will mich irgendwie nicht umbringen, aber ich will ihn umbringen. Jetzt sehe ich nichts. Kann ich rennen? Versuche jetzt einfach mal wegzurennen. Ich komme irgendwie nicht schnell genug weg. Ich drücke eigentlich Sprint. Nein, jetzt springen. Jetzt springen. Kann ich meine HP wieder aufladen? Ach, schade. Naja, ich nehme jetzt diese Folge noch fertig auf, aber dann wird das das letzte Video. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Genau, und ich stehe vor allem ich da hier noch rum. Backen tut es auch noch. Naja, ich klicke jetzt mal nicht auf die Pfeile, weil ihr wisst ja, was er beim letzten Mal gemacht hat. So. Jetzt ist er weg. Aber ich klicke nicht auf die Pfeile. Aber ich klicke nicht auf die Pfeile. Ich widerstehe der Versuchung. Ähm. Und warte jetzt einfach mal, bis ich wieder geboren werde. Naja. Also dieses Spiel ist so ein bisschen... Ich verstehe mir das Spielprinzip dahinter nicht. Also... Naja. 38, 45. Nix. Warte geht's. Ich möchte ja nicht mal auf ein paar Bündelten treffen. Übeln dir doch. Sehr schön, da ist ne Gasmasker. Ich fühl mich jetzt sicher. Mit 3 HP. Ich glaub, das sollte ich eigentlich nicht sein, sollte ich mich eigentlich nicht fühlen. Aber ich hab grad ne gesunde Körpertemperatur. Und ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Ich würde halt genau wie ich schon verstanden, dass es Gegner. Ihr seid beide Verbündete. Ihr seid Verbündete. You're on one side. Ah, was für Verbündete. Ach, ist ja auch egal. Ich muss mit dem Chat. Ob man kommunizieren kann. Ich denke, wir rennen jetzt einfach mal alle in eine Richtung. Und äh. Naja. Das Spiel ist noch in der Pre-Alpha. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser wird noch. Später dann. Aber bisher ist das ganze Spiel meiner Meinung nach noch nicht sehr ausgefeilt. Ich darf dir jetzt hinterher. Ich wirst nicht mehr loswerden. Ich hoffe, kannst du gefasst sein. Gute Idee. Folgen wir mal der Straße. Vielleicht kommen wir ja irgendwo hin, wo es Essen gibt. Wäre irgendwie cool, wenn wir irgendwie so ein Quartier hätten. Wäre ich jetzt nicht mitmachen. Wann ich das wieder? Ach, du Schiet. Jetzt ist das in die andere Richtung. Ich sehe ihn jetzt nicht. Aber ich denke, es ist mal sinnvoll, ihm zu hinterher zu rennen. Er hat immerhin schon eine Pistole. Das zeigt dir, dass er nicht so ganz... Ah. Möchtest du den Bär jetzt aufhalten? Du bist unbewaffnet. Ich renne mal lieber. Ich renne jetzt immer große Kurven. Wenn da jetzt hin, versuch irgendwas aufzunehmen. Problem ist, ich kann jetzt nicht in mein Inventar schauen. Ich renne doch Ruhe es auf. Puh. Möchtest du? Ach, der Bär ist nicht weg. Da war noch der Bär. Ich hab den Bär nicht gesehen. Na gut, ähm... Ach. Ich... Nimm kein drittes Video auf. Also vielleicht, wenn ihr ihr ganz doll lieb, bittet in den Kommentaren. Aber ich weiß nicht, ob euch sowas Spaß macht. Äh, mich die ganze Zeit sterben zu sehen und nichts auf die Reihe zu bekommen. Na gut, das ist nichts Neues. Aber... Es ist irgendwie schon extrem. Ich, äh... Verschwinde jetzt einfach mal und... Lasse dieses Spiel sein. Vielleicht wird's ja noch besser. Ihr könnt mich ja vielleicht mal anschreiben, wenn das Spiel besser ist. Und dann spiele ich's vielleicht auch mal wieder. Bis dahin auf jeden Fall. Tschüss und, äh... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.